Marta, schau, der rote Mantel mit den Raglanärmeln und dem hübschen Trachtentuch. Den möchte ich gern haben, der ist wunderschön. Ja, aber schau, das Dirndl mit der weißen Bluse, dort links. Das ist auch sehr nett. Komm, gehen wir hinein, schauen wir uns die Preise an. Hast Du Geld mit? Ja, wenn die Preise nicht so hoch sind, kann ich mir vielleicht diesen Mantel kaufen. Gehen wir hinein. Grüß Gott. Grüß Gott. Was darf es sein? Ich möchte gerne den roten Mantel vom Schafenster anprobieren, den mit den Raglanärmeln. Welche Größe tragen Sie? Größe 42. Oh, das tut mir aber leid. Aber wenn Sie den roten meinen, der ist zu groß für Sie. Ach so. Ja, vielleicht möchten Sie irgendeinen anderen Mantel anprobieren. Ja, gerne. Vielleicht probieren Sie diesen braunen Mantel an. Was meinst du, Martha, steht er mir? Der Mantel ist sehr nett, aber die Farbe passt nicht zu dir. Ja, du hast recht, dieses braunen steht mir nicht. Haben Sie dieses Modell auch in einer anderen Farbe? Ja, aber natürlich. Vielleicht probieren Sie diesen Mantel an. Der hat Größe 42. Der Mantel ist sehr nett. Nicht wahr? Der steht mir gut. Was kostet der? Moment. Hier. So viel. Das ist aber sehr teuer. Ja, wenn Sie was Schönes haben wollen, dann müssen Sie auch etwas dafür ausgeben. Ja, das verstehe ich schon. Ich werde es mir noch überlegen. Vielleicht komme ich später noch einmal vorbei. Danke. Bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Mantel im anderen Geschäft war wirklich sehr schön, aber leider zu teuer für mich. Sicher, aber wenn du diesen Monat sparst, dann kannst du ihn dir vielleicht kaufen. Freilich, wenn ich sehr sparsam bin und wenn der Mantel dann noch da ist. Ja. Oh, schau, hier gibt es auch nette Mäntel. Ja, genau. Und sogar Blusen. Die ist hübsch. Vielleicht finde ich eine für mich. Ja, komm, gehen wir hinein. Grüß Gott. Guten Tag, die Dame. Sie wünschen? Wir möchten uns etwas ansehen. Natürlich. Zeigen Sie mir bitte einige Mäntel. Die Mäntel sind hier vorne, bitte. Danke. Und ich möchte mir eine Bluse anschauen. Bitte sehr. Wir haben hier viele neue Modelle. Schauen Sie, diese Bluse ist sehr elegant und sehr modern. Sehr schön. Und wie viel kostet diese rote Bluse? Oh, auch die ist sehr elegant und auch nicht zu teuer. Dieses Rot ist besonders schön. Die Farbe steht Ihnen sehr gut. Das ist das letzte Stück. Wenn Sie die nehmen, machen Sie einen guten Kauf. Mir gefällt sie. Ich nehme sie. Danke. Haben Sie etwas Passendes gefunden? Ja. Dieser Mantel gefällt mir sehr gut. Er ist nur etwas zu lang. Ja, das stimmt. Aber wir können ihn kürzen. Ich glaube, so passt er. Ja. So hat er die richtige Länge. Wenn Sie morgen vorbeikommen, ist der Mantel fertig. Ist recht. So, danke. Darf ich Sie zur Kasse bitten? Können wir einen Rabatt haben? Tut mir leid. Wir haben feste Preise. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.